Okay, ganz gut. Wir wollen auf das erste Mal passen. Passt. 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 Zauber! Das hat geklappt. Und wieder ein weiteres Level fertig. Yippie! Haben wir gerade keine Münze gefunden? Ach du liebes bisschen. Einen hab ich nicht gesehen, aber sonst keine so weit. Oh, ein QR-Code. Möchte ich mal wer einscannen von euch? Ich war zu lange. Was haben wir bei mir parallel? Was da rauskommt? Und. 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 Weichen. Und unten debe Dei. Ja sicher. Was sagt der da? als die 2. Gleich mal mitschreiben, das ist nicht schlecht. So, also hier 6 steht. Es müssten 2, 2, 6, Strich. So, das ober war. 2 am Anfang. 2, Strich, Strich, Strich. Ja, ok, das denke ich mir auch. Ok, da kann ich euch wieder helfen. Da haben wir noch einen QR-Code. Mal gucken, was der zeigt. So, das scheint der letzte zu sein. Jetzt ist ein 0. 1, 2. Oh, nein. Wird ein Ausrufezeichen am Anfang. Ich bin gerade? Ok. Eh, ok. Da oben haben wir noch einen QR-Code. Ach du Scheiße. Bah, wie ein Arsch. Guck mal hier rechts. So, wo wirst du kein Kriegen ohne Schneeflokken? Ich muss mich überlassen. Echt coole Rätsel. Sogar das Smartphone-Miffel brauchen muss. Boah, was steht da? Die zweite Zahl ist eine 8. Also haben wir 2, 6, äh 2, 8, 6, 0. Sogar das geht. Ich hab ein paar andere. Das ist mir das Gefühl. Sogar das kann ich nicht. Oh ja, was ist mir das Gefühl? Ich hab das vähän. Hmmmmmm Eine Batterie Wollen wir mal wieder mit? Okay, das klappt anschein auch nicht. Banana! Und noch eine Batterie. Und noch eine Batterie. Und noch eine Batterie. Und noch eine andere Batterie. Und noch eine Batterie ist. Also im Text stand irgendwas hier und der Code war 2860, wenn ich drauf tippe, passiert überhaupt nix. Das ist schon mal schlecht. Seid ihr ob noch wach oder schlaft ihr schon? Okay, hat geklappt. Okay, sonne ist noch da. Die Rose ist schon in die Auto gefallen. Wo war er? Nein. So was Böses aber auch. Na dann. Äh, okay. Ach, falsch. Ich muss jetzt, äh, der sein. Sohn. Der. Ach du heilige Scheiße. Der geht immer zwei nach links. Der geht ein nach rechts. Das heißt, der ist da. Der ist dann... Da, der ist es. Das glaube ich dir nicht. Oh, jetzt wird richtig lustig. Perspektivisches Ding. Perspektivisches Ding. Stopp! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da war das Ding Was haben wir noch Was haben wir noch Was haben wir noch Ich glaube immer ein Teil weiter ans Ding geranden Jeder Bin ich doof, ein 3 Jetzt hab ich schon richtig gesagt und dann passt das trotzdem nicht Aber doch, ich die jetzt weiter IQ 62 gekriegt Hat's er rumgeschafft Das müsste 0 sein, sag ich doch 1, 2, 8, 6, 0 Yeah, bloß Waffeln ersperrt Wir sind zu gut Ach du, was ist das denn? Tiefen Schelf ist das Gute sehen Ja, bloß 3, 5, 0 7, 0 8, 0